Hallo, ihr seht ihr auch da, gut gut, mir geht es sehr gut, Leute, und zwar heute werden wir was ganz besonderes machen, Leute und zwar, haltet euch fest, nicht werdet euch nicht verlaten. Leute, wenn ihr Bock für das Betreut einen Tag zu verbringen, lasst gern einen Like da, abonniert, Hände, Glocke aktiviert, ihr wisst doch wie der Hase laufen, ja, wir gehen natürlich immer wieder durch unseren wunderschönen, ja, wunderschönen Tempel und irgendwie, du guckst mir zu viel, ja, wirklich, also, wirklich, also, Leute, einsetzen, der läuft, der läuft, ne, Gott, Leute, wir haben wieder Leuten beigebracht, Respekt und, ja, Respekt, was heißt denn so, ne, wir blocken die Leute nicht im Leben, Leute, ich würde sagen, wir steigen dafür ein, ihr seid super, OP, toll aus, meine Freunde, Ei, 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 hier ist der Wunder, ist schön, Leute, oh, was macht dieses leckige Auto da? Hey, du, aussteigen! Sir, Tuan, sie haben mich entdeckt, ich dachte, ich wäre zivilisiert versteckt hier bei Ihnen auch genug. Glauben Sie wirklich, so ein Smash-Boo-Auto würde hier nicht auffallen? Ich glaube nicht, nee, das ist nicht das Thema, und zwar, wir haben sie observiert, Sir. Ich weiß. Wir wissen, sie haben viele Straftaten getan, wir wissen, sie haben sehr viel getan, aber wir haben einen Deal. Ja, aber Sie wissen, dass Sie mir ja nichts machen könnten, also, was wollt ihr von mir? Ja, aber gucken Sie mal, ja, Sie wissen doch, dass, äh, Sie waren ja Polizist, Mann. Ja, kurz. Ähm, wie fanden Sie's? Langweilig, warst du einfach. Hm, ja, aber wie wär's, wenn die Herausforderung ein bisschen wächst? Was können Sie mir denn bitte für eine Herausforderung geben? Sie... Der einzige der Herausforderung für mich ist, bin ich selber. Ja, ähm, Sie könnten ja vielleicht das FIB übernehmen. Was? Das FIB übernehmen. Ja, warum sollte ich das wollen? Was bringt für mich dabei raus? Ja, Sie könnten Daten bekommen, die keiner bekommen kann. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh, Sie leben von Akte einzig. Akte einzig, dass ich mir alles angucken darf, hm? Ja, genau. Ja gut, da hört Sie in einem ganz netten Deal an, aber ich will der Boss sein. Ja, aber Sie dürfen nichts Criminales machen als Director. Nein, ich mach ganz normal FIB-Arbeit. Ja, dann können wir das Ganze eigentlich akzeptieren. So, dann tun Sie mir einen Gefallen. Fahren Sie zurück zum Belohnen, dann fangen Sie mich da. Ich komme gleich. Ich sage den Leuten Bescheid, ziehen Sie sich in den Anzug an. Leute, was? Ich soll mich einfach in Weaver nehmen? Wisst ihr was? Eigentlich keine schlechte Idee, oder? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Warum nicht, Leute? Wollen wir ganz kurz hier einmal... Also, Leute, wir ziehen uns kurz um und dann geht's los. Wollen wir mal ganz kurz, Leute, die sind alle hier so laut, hm? Sei leiser! Hör doch, blöden zu slihen! Mein Gott, immer slihen alle Lungen hier, Leute. Ich glaube, mein Ente pfeifen. Aber, Leute, was sagt ihr? Ist sie knocker aus, oder? Ist sie super aus, hm? Gefällt mir der Anzug, Leute. Gut, ich würde sagen, dafür steigen wir mal unseren Petrolos ein, Leute, weil der wirkt sehr, sehr lös. Und ich würde sagen, wir fahren mal jetzt so... Ja, will ich sagen, Arbeit, Leute, aber eigentlich, ja. Ich bin Bus, also doch zu meiner Arbeit. Aber ich bin Bus. Ja, Leute, wir fahren mal ein bisschen durch hier. Was machen denn so FIPen eigentlich den ganzen Tag? Ich liege mir nicht mit. Die wollen mich immer irgendwie snappen, aber ich mache die immer platt. So. So, man pack mal hier ordentlich. So, Leute, das ist jetzt hier mein Parkplatz. Ja, hab ich mir gedacht, dass ich lieber mitkommen soll, hm? Hier ist nichts verboten. Ich bin jetzt der Chef hier, ja? Sie sind der FIP-Chef. Ja, der Leck, der Leck, der Twan zu mir sagen. Ja. So, warte mal. Ich darf hier auch die Leute feuern, ne? Du, Sekretär, du bist gefeuert! Warum, hallo? Alter, nee, du passt mir nicht. Du machst das List. Raus. Du bist gefeuert. Ich will mich, dass er das Gebäude verlässt. Okay, ähm. Check, check, einmal den Sekretär weg sind. Check, check. Okay. Check, machen wir, kümmern wir uns um. Oh, okay, sehr gut. Perfekt, warum nicht gleich so, hm? So. Oh, mein Gott. Oh, lücken Sie auf den Knopf. Ja, ich drücke. Oh, wir sind angekommen, hm? Wir sind da, so. So, was gibt es denn hier zu tun? So, wir haben ein paar Mitteln gerade laufen. Der Fall Covid-24, so. Das ist die Folge-Rode gegen James-Jobsen von den Borders. Der wird gerade gefeuert. Wir brauchen da noch ein paar Beweise, um dann reinzugehen. Was hat denn er gemacht? Wir haben die Akten verdeckt. Ähm, Korruption, Drogenhandel, äh, Schwarzgeld, äh, Steuerhinterziehung, anschließend Punkt 4. Warten Sie mal ganz kurz, ich will mir die Akten mal ganz kurz angucken. Ja, hier war der, ich meine. Genau, hier war die Akten. Warten Sie mal. Lustig. Oha, wie viel aus hat er geklaut? Ja, aber wir haben Mitteln gegen den ein paar Jahre schon, zwei Jahre lang. Oh, sieht ja fast aus, als ob Sie bald einen Zugriff auf die Akten wollen, ja? Wir wollen einen Zugriff machen, weil so langsam, äh, mangt die Akten. Das sieht ja lösen. Ah, und, ups. Oh, gelöst. So, sich ist ein Flyer-Mann. Ja, Sir. Sehr gut. Ein Climax. Oha. Und lösen. Sir. Amil. Sir. Okay, so schlimm ist der gar nicht wieder dann zwei. Lösen. So. Gut, Bola sagen Sie. Wie hieß er nochmal? Äh, Jeffrey. Jeffrey, okay. Gut, ich werde mich um Jeffrey kümmern. Er hat den Code-Namen, JJ. Ja, ja, ich kümmere mich um diesen DD. Warten Sie, wir dürfen noch nicht reingehen. Sie müssen Beweise sammeln. Ja, ich finde zum Beweise. Keine Sorge, ich habe eine Nase dafür. Wir haben eine Ermittlung gegen Sie. Wir werden dann komplett reingehen mit SWORD-Einheit. Da auch ich nicht. Yes, Sir. Ja. Alles gut. Ich mache es alleine. Passen Sie auf JJ auf. Ja, ja, machen wir. Machen Sie es gut. Okay. Leute, ich würde mal sagen, unser erster Fall steht an. Sitze müssen wir holen. Kein Problem. Bis gleich. So, Leute. Da würde ich sagen, um dies zu snappen, müssen wir losfallen. Oh, guck mal hier. Ihr habt ihn wirklich gefeuert. Ja, ich bin Bus. Wir brauchen keine Security. Gefeuert. Ja, Sir, Sie haben gerade jemanden. Ich mache ihn die Tür auf. Ja, ich habe ihn gefeuert. Ja, aber Sie haben ihn abgefeuert. Ich habe ihn gefeuert. Ja, heißt doch. Gefeuert. Soll ich helfen? Also, wofür sollen die mitkommen? Aussteigen. Aber Ermittlung. Ja, ich mache alleine. Ich mache. Füllen Sie auch das Protokoll? Äh, ja, klar. Okay, super. Protokoll. Aus dem Weg. Ja, ja, aus dem Weg. Oh, Mann, wir essen mal einen Kaffee, ja? Schwarz. Ein, ein Würfel Zucker, Mann, ich. Sie fallen die Ampel kaputt, falsch. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens lebt die Ampel. Er hat die Ampel produziert. Er hat gesagt, dass die Ampel kaputt fallen, ja? Ich bin zwar Boss, aber ich hoffe, meine Mitarbeiter auch. Ich muss ja einen geben und nehmen. Aber, Leute, heute werden wir mal eine Ermittlung machen, ja? Wie klappt eine Ermittlung in einem Blick? Hm. Ich muss den beflagern und er muss zugeben. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Aber wir gehen jetzt nicht klein und hauen alles kaputt, sondern wir werden ihn erst mal verfolgen, ja? Wir werden ihn verfolgen. Und dann soll er das denn, wenn er alleine ist, ja? So ist am Schluss, Leute. So wird ein FAB jetzt das machen. Der FAB jetzt ist ja nicht so stark weg und glattet alles weg. Ja! Leute, ich würde sagen, wir setzen uns auf die Lauer. Am besten einen Tanksteller. Der muss auch ein bisschen tanken kommen heute. Okay, Leute, wir hatten eine Tankstelle. Und dann mit einer namens Zizi kommt. Wir holen den. Oh, Leute, immer müssen wir hier warten, warten, warten. Oh. Ey, du! Bist du Zizi? Ja. Oh, sehr gut. Kannst du bitte mal mitkommen? Nein. Mach mal. Was bist du für ein Mafia-Film, hä? So, hör mal zu, du kleines Smartphone. Was für eine Mafia-Film liebst du? Du bist in meiner Hut, Mann. Du bist in meiner Hut, Mann. Einsteigen! Was hast du mit meinem Nacken, Mann? Ja, wenn du nicht einsteigst, wird das nicht besser. Ich habe den Nacken ausgekugelt oder so, sagt man. Mach mal mein Nacken wieder normal, bitte. Ja, ich kann normal machen, wenn du mir vielleicht ein, zwei Fragen beantwortest. Ja, ich spart nicht, wann... So, gibst du zu, dass du kriminell bist? Was bist du, Herr? Ich bin FIB-Direktor. Du bist ein Körb? Nein, FIB-Direktor. Du bist ein Körb? Nein, FIB-Direktor. Du bist ein Körb? Nein, FIB-Direktor. Bleiben Sie bitte stehen, der Herr. Will er jetzt echt abholen? Will er abholen von mir? Steve, kommen Sie jetzt... Oh, mein Gott, muss ich denn jetzt wirklich... Stehen bleiben! FIB! Oh, verdammt, verdammt. Boah, der will, glaube ich, ganz hochlaufen, Leute. Egal, dann stoppen wir uns den. Ganz oben kann er extra machen. So, wir gehen hier hoch. Noch die hier. FIB, bleiben Sie stehen! Verdammt. Und jetzt? Ich will springen, ich will springen. Ja, okay, dann mach. Mach mal. Ich will springen. Marc, ich will gucken, wie das aussieht. Wie du klatschst auf Boden. Mach mal bitte. Ich habe nichts, verdammt, Mann. So, komm, Lunter jetzt hier. Nein. Komm, Lunter! Ich muss springen. Ja, dann mach das. Okay, helfen. Nein, nein, niemals. Ich springe selber. Ja, mach mal, los. Lass! Ich träum mich nicht, Mann. Ja, dann komm mit. Oh, mein Gott. Nein, die Sorge, die wird nichts passieren. Ich springe. Leute. Ich bin getrunken. Hau dir noch, Jungs. Wow! Aua. Oh, da hinten läuft der, Leute. Wir holen unser Auto, wir holen unser Auto. Wir werden den stoppen. Die Leute, ich wusste, dass nichts passiert. Deswegen habe ich gesagt, Lunter springen. Verdammt, ich habe auch gehofft, dass er sich irgendwas bläst, aber der hat wohl Glück und Unglück gehabt, der alle Glückspilz. Na, wir gucken mal ganz kurz hier. Wo kann der sein? Wo kann der sein? Hm. Oh, hier sind auch noch, glaube ich, Bolas oder so. Ah, gehen Sie doch weg! Hm, Leute. Oh, warte mal. Einsteigen! Willst du noch mal ab? Vielleicht ist jetzt eine Kugel in deinem Knie, das du nicht mehr abhauen kannst. Das wäre eine Idee, oder? Nee? Nein? Oh, deine Leute sind, glaube ich, da. Oh, wir sind da. Nein, das sind meine Leute. No, Jesus! No, Jesus! No, Jesus! Deine Jungs sind loyal. Deine Jungs sind jetzt geblattenes Hähnchen. Oh, damn. So, oh, ich habe eine sehr gute Idee, was ich mit dir machen kann. Du hast ja du's Höhenangst, oder? Äh, nein. Also, pass mal auf. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst zu, alles, was in den Akten drinsteht, dass du das gemacht hast. Und kommst dafür lange in den Knöpfingstlein. Oder wir werden ein bisschen jetzt Spaß haben, wir zwei. Gibst du zu? Ja, ich gebe zu. Alles? Ja. Weg aus. Ich weiß alles. Drogenhandel, Schwarzgeld, Erpressung, Kollektion, Mord, alles. Wow, betreibt doch nicht so viel auf einmal. Ich habe das gar nicht gemacht. Das waren die anderen. Nein, nein, nein. Das kannst du so noch nicht sagen. Wirklich? Wirklich? Mann, du, wir glauben. Mann, wirklich? Wirklich, wirklich. Okay, ich habe Schwarzgeld gemacht. Ja, aber die Drogenfehlen mir noch. Und die Erpressung und der Mord. Und da ist so viel dabei. Das war ich nicht. Wirklich. Also. Entweder du gibst so, oder ich schmeiß dich hier runter. Verdammt, wenn ich hier runterschmeiße, werde ich sterben. Oh mein Gott. Nein, Quarz. Ich gebe zu, dass ich korrupt bin. Alles. Ich gebe alles zu. Bitte tu mir nichts, komm. Ja, aber ich warte. Du musst natürlich alles schwarz auf weiß haben. Ja, also hier bitte einmal unter Slipe ein Geständnis. Ja, verdammt. Hier, JJ, unterschreiben. Okay. Sehr gut, komm mit. Fertig? Ja, ja, du kannst immer aufpassen. Alles gut. So, Leute, wir gehen hier ganz mal runter. So, und ich fahr dich jetzt weiter. Kann ich gehen? Nein. Wenn du ab brauchst, werde ich in die Beine zießen. Ja. So. Und eine Sache habe ich vergessen. Und das lieb mir noch, dass du als Zeuge fungierst, dass alle eine Staffel getan haben von Bolas. Nein. Deswegen fahren wir jetzt mal hin und du sagst mir genau, wer von denen das alles war, ja? Nein. Sehr gut. Perfekt. Ich habe ja verstanden. Ab zu den Bolas. So, meine Freunde. So, also, wer war das von denen? Ja, niemand, ja? Hey, JJ, was machst du da? Ja, nichts, Jungs. So, FIB hier. Alle bitte einmal die Hände hochzählen aus, sage ich mal, ihr seid festgenommen. Hände hoch. Was, Mann? Oh, mein Gott, Jungs, Jungs. Bleib stehen, Seizeh. Bleib lieber stehen. Seizeh, lauf nicht weg. Ich bin hier. So. FIB. Oh Gott, ja, die Leute, die schießen ja auf mich. Ich muss das doch machen. Guckt mal hier. Geht ja nicht anders, oder? So. Entschuldigung. Oh, das war aus dem Seizeh. So. Mein Fisch. Hey, 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 hey. Dank Ihnen konnten wir die Bolas aufhalten. Als Belohnung, mein Freund. Haben Sie für meinen Knast? Vergebt, meine Wäbeln. Hör auf zu schießen, Mann. Wir fahren jetzt in den Knast. Oh, Seizeh, deine ganze Bolas sind kaputt. Nur weil du die verladen hast. Wie kannst du mit deinem Verladen-O-Leben? Erzähl mal. Ey, so einfach ist FIB-Arbeit. Und ich war doch voll gut. Ich bin nicht klein gegangen, weil wir alle kaputt mussten. Ich habe erst ermittelt. Und ich habe bloß Beweise finden. Und geständes von den Pfalzen über den Knast geblockt. Wir fahren hier erst mal hin, Leute. Bis gleich. So, Seizeh. Warst du schon mal im Knast? Nein. Doch, nie? Nein, ich wollte es erst mal machen, Mann. Ich klartige in deine Selle, Mann. Du, ist doch gar kein Problem. So, sehr guten Tag. Warum machen Sie nichts? Wie, warum machen Sie nichts? So. Hey Frank, ich werde entführt. Los, durchgehen. So. Weiter. Wollen wir mal hier. Oh, nee, ist falsch. Nein, wollte ich mich auskennen. Ich war noch nicht hier drin. Oh, verdammt. Aber es tut alles weh. Oh, mitkommen. Ich kenne nur den Weg. Leute, ich kenne nur den Weg. Ich kenne nur den Weg, wie man illegal einkommt. So, wie klettern hier hoch? Oh, warte mal. Warte mal, komm hier hoch. Ich werde angemeldet angefunkt. Warte ganz kurz. Ja, was los? Check, check das FIB. Ähm. Wer ist genau, wer da ist gestanden? Abgrunddokumente. Ja, herzlichen Glückwunsch, Major Tuan. Ähm. Wir haben... Direktor. Direktor Tuan. Wir haben einen kleinen Fall für die FIB-Agents. Ähm. Wir büsten... Müssen ein... Wie sollen wir sagen? Maulwurf ins Gefängnis schleusen. Und rausfinden, da er sich angeblich einen neuen Mafiaboss in dem Gefängnis gebildet hat. Und wenn er rauskommt, kann es übel werden. Deswegen müssen wir rausfinden, durch den Maulwurf, wer es ist und was er vorhat. Ja, kein Problem, ich bin hinterher aus. Check, check. Oh, da sind ein paar Boilersmitglieder, Alter, hä? Ja, die mögen dich nicht. Ja, aus. Jungs, das war das wirklich nicht, Mann. Ja, ist alles haltestuhn. Na, steckerei. Das war wirklich alles haltestuhn. Oh, verdammt, Mann. So, hier. Oh, komm, hier, Alter. Zeig, was du drauf hast. Oh, du hast eine Pistole. Ich hab die gar nicht aufgenommen, ne? Ich hab nichts mehr zu verlieren und ich drück hab. Ich hab auch nichts zu verlieren, ich hab die echt schon im Gefängnis drin. Weißt du was? Zeig, zeig. Es tut mir leid, du ist nichts. Basta, da bist du, ich brauch keiner mehr. Wollen wir das hin? Verdammt, was ist denn los, wenn wir im Knast hier, der Maulwurf ist? Leute, das müssen wir mit Ermittlungen machen. So, wartet mal. Wir machen immer, wir machen eine Flagelunde. Guck mal, der sieht aus, ob ich Angst hätte, Leute. So. Wie machen wir das, Leute? Erst slagen, dann slagen, oder erst flagen und dann slagen? Ich hab eine Idee. Oh. Ja. Ähm. Wer ist hier der Mafia-Boss? Hey, ja. Oh. Ja. Ja, wer ist Mafia-Boss? Wer ist Mafia-Boss? Oh, warte mal, ich muss erst antworten lassen. Hallo? Oh, nein, der ist ausgenockt. Verdammt, das war falsch. Leute, wir müssen... Flagen, Antwort, dann slagen. Okay, warte mal, da hinten sind ein paar Leute. Ja, oh, der Muskulier sieht aus, ob ich eine Ahnung hätte, wo es hier abgehen. Oh, die wollen mich angleifen, ne? Snuff den Häus. Oh, Mann. Na, komm her! Na, komm her! Hä, du, Alter? Mann, komm, auch du. Willst du auch kämpfen? Willst du auch kämpfen? Oh, Mann, der... Warte, der Muskeltyp ist weggelaufen. Bleib mal stehen! Ja. Na! Antwort, wer ist hier im Mafia-Boss? Ja, Mann, du musst das keine Antwort. Oh, nein, hab ich den jetzt auch ausgenockt? Verdammt, nochmal! Geht alle weggehe! Na, verdammt, das ist mein... Spoil, geht immer. Ach, du, wir haben einen verdächtigen Flüchtling hier. Frieden über den Dächern. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Alle weggehe! Weggehe! Verrächtig auf den Parkplatz in Dich. Flieb mit einem schwarzen Auto. Flieb mit einem schwarzen Auto. Wir müssen sehr zurücklaufen, Leute. Am besten hier durch die Tür, Leute, durch die Tür. Dann kommen wir direkt hinten wieder raus. Let's go! Oh, Leute, Leute, komm, 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 komm. Okay, da hinten muss der irgendwo sein. Nein, wir haben... Schwarze Audi, haben die gesagt, ne? Oh, Leute, das ist... Das können gleich so über alle Berge sein. Aber wir werden nicht aufgeben. Wir werden nicht aufgeben! Oh, nein, das zieht so ein Lumm, Leute. Das zieht so ein Lumm. Wir müssen in den Leben klicken. Wir müssen in den Leben klicken hier. Verdammt, verdammt. Oh, ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Oh, nein, 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 nein. Wir müssen hinterher. Oh, mein Tullus. Da ist er doch. Bleiben Sie stehen, FIP. Okay, Leute, er frottet ab. Ist kein Problem. Er will er abhauen. Wir fahren nicht mehr hinterher, Leute. Glück haben wir OP, Tullus. Bleiben Sie stehen, FIP. Wir müssen auf seine Leifen schießen, Leute. Auf seine Leifen. Woo! Aua. Oh, ist nicht geblieben. Oh, da hinten ist der irgendwo. Der hat den Salto gemacht. Flicke, Flacke, tuta, zacke. Bleiben Sie stehen, FIP. Sie haben keine Chance zu entkommen. Bitte einmal stehen bleiben. Hallo. Oh, oh, oh. Wir machen auch wieder Flicke, tuta, zacke. Hallo. Leute, wisst ihr was? Wir müssen sein Auto zum Exemplarieren bringen. Ich bin leider zu nix. Bleib stehen. Oh. Nein, nein. Ja, padapadu. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Wir müssen Vollspeed hinterher, Leute. Nein. Bleib stehen. Oh, Leute. Der fährt die komiken Hubbel hier immer durch. Egal, wir werden den Weg abschneiden. Wir werden den Jünger in den Weg abschneiden. Okay, er fährt da hundert auf sich ziehen. Sehr gut. Und. Oh, warte mal. Er hat sich an mich langgefestelt. Okay, du willst dich nochmal nicht langfesseln. Oh nein, er hat losgelassen, er hat losgelassen. Er wollte mich ausdickseln, aber mein Dropito noch hat so viel Power, hä? Okay, er will dich ziehen hochfahren, Leute. Kein Problem. Wir werden ihn gleich aufhalten. Ja, er hat einen Fehler gemacht. Sehr gut, er hat einen Fehler gemacht. Der Auto müsste langsam kaputt sein. Wo ist er hin? Da ist er doch. Okay, ey, ey, guck mal, der läuft, der läuft, der läuft, der läuft, der läuft da. So. Ja! FIP! Oh, der ist kaputt. Alle weg hier! Check, check, check. Haben Sie den Verdächtigen? Ja, ich hab ihn, der ist aber kaputt. Äh, ja. Das war's, ich mach jetzt heute Feierabend. Leißen wir. Ich hab heute Arbeit, tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Hey, 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 hey. Leute, wir haben auch diesen Verblächer festbekommen, durchs Hinterherfallen und, äh, eh, gut, mit Autostocken, Leute. Aber ich würd sagen, das war's gewesen, Tuan hat FIP übernommen, ist nice, Leute. Wir gehen wieder zurück zu der Mafia-Soup, das ist der Beste. Ja! Wenn ihr euch gefeiert habt, lasst gerne ein Like, abonniert den Glockenfeld, bis zum nächsten Mal, euer Tuan. Tschüss!